Polizei, Hande hoch! Keine Bewegung! Raus, raus hier! Furcht ist ein Werkzeug, wenn das Licht am Himmel erscheint, ist das nicht nur ein Zeichen, es ist eine Warnung. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Was hast du getan? Das ist ein Pulverfass. Und Riddler ist das Streichholz. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wenn das so weitergeht, dauert es nicht lange, bis Ihnen nichts mehr bleibt. Ist mir egal, was mit mir passiert. Es wird nur noch schlimmer für dich. Bro, immer mit der Hugel, Schätzchen. Du bist genauso, wie man sagt, oder? Vielleicht sind wir gar nicht so verschieden. Wer bist du da drunter? Ich bin Vergeltung. Das ist schwarz und blau dazu. Und blau. Dem Tod. Du gärtiger Katz. Ich hab dich! Ja, ich hab dich! Du gegeneid. Und dann wird das soüblet, das anwärts. Ja, ich finde. Ja, ich bin glad. Und da, wer sind sie auch.